Hallo liebe Leute, zum dritten Türchen. Heute brauchen wir zwei Säckchen. Die haben wir gestern ja schon eingeführt. Und heute machen wir auch eine Übung, die eigentlich fast jeder kennen sollte, den Schwimmer. Nur mit Säckchen, da wird es ein bisschen anfrustvoller. Also die Schwimmerbewegung ist letzten Endes, ihr hebt Beine und Arme vom Boden ab, Rückenmuskulatur üben und dann diagonal bewegt ihr euch. Jetzt legt ihr auf die Hände noch die Säckchen drauf. Zum einen ist es ein bisschen Gewicht und zum anderen Koordination, weil die Säckchen sollen natürlich nicht runterfallen. Die Übung führt ihr 30 oder 45, wer es gut kann, auch eine Minute durch. Und davon macht ihr drei Serien. Könnt das Ganze in einen kleinen Zirkel einbauen. Eigentlich wie immer. So, viel Spaß dabei und bis morgen.